Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, in welchem Verhältnis mittelalterliche Handschriften und moderne Textausgaben stehen? Dann bist du hier richtig! In diesem Video erklären wir von der Mittelalter-Germanistik dir, in welchen unterschiedlichen Formaten mittelalterliche Texte zugänglich gemacht werden. In einem anderen Video haben wir dir schon gezeigt, dass mittelalterliche Handschriften und Drucke über Faximiles und Digitalisate für die Forschung und die Lehre verfügbar gemacht werden. In diesem Video stellen wir dir jetzt vor, wie Texte losgelöst von Handschrift und Druck für die Lektüre aufbereitet werden. Eine Möglichkeit, einen mittelalterlichen Text zugänglich zu machen, ist die Transkription. Sie vermittelt die genaue sprachliche Gestalt des Textes. Dabei werden die Buchstaben einer Handschrift oder eines Drucks eins zu eins übernommen. Materielle Gestalt, Schriftart und Ausstattung des Überlieferungsträgers sind dann zwar nicht mehr zu erkennen, aber Abkürzungen und sogar Fehler werden meist genauso abgeschrieben, wie sie im Text stehen. Weil die Reproduktion so genau wie bei einer Urkunde erfolgt, wird eine Transkription auch oft diplomatischer Abdruck genannt. Solche Transkriptionen sind besonders wichtig, wenn Handschriften und Drucke nicht im Original als Faximile oder als Digitalisat zur Verfügung stehen. Transkriptionen sind außerdem praktisch, wenn du etwas über die konkrete textliche oder sprachliche Überlieferung eines Textes erfahren möchtest. Zum Beispiel kannst du damit untersuchen, ob bestimmte Fehler typisch für eine bestimmte Schreiberhand sind. Oder du kannst regionale sprachliche Besonderheiten wie Dialekte erkennen. Weil in Transkriptionen sehr oft Zeichen beibehalten werden, die du vielleicht nicht auf Anhieb erkennst, sind sie nicht unbedingt leicht zu lesen. Wenn wir den Inhalt eines Textes kennenlernen und besser verstehen wollen, greifen wir darum meistens auf andere Formen moderner Textaufbereitung zurück. In Lehre und Forschung arbeiten wir häufig mit Textausgaben. Diese werden auch Editionen genannt, weil der Text darin von jemandem herausgegeben, also ediert wurde. Das Ziel beim Edieren ist es, den Text besser lesbar zu machen und den Vergleich verschiedener Versionen des Textes zu ermöglichen. Dazu werden in edierten Texten in der Regel offensichtliche Schreib- oder Druckfehler im überlieferten Text verbessert. Abkürzungen werden aufgelöst und Satzzeichen hinzugefügt. Eigennamen werden großgeschrieben, damit sie besser hervorstechen. Manchmal werden gliedernde Zwischenüberschriften oder Kapitelabschnitte eingefügt. In mittelhochdeutschen Ausgaben werden außerdem dialektale Besonderheiten häufig normalisiert. So lässt sich ein Text dann flüssig lesen. Wenn es für ein Werk mehrere überlieferte Versionen gibt, entscheiden die EditorInnen, auf welcher Grundlage ein Text herausgegeben wird. Der Text kann nach einer einzigen Handschrift herausgegeben werden. Es kann aber auch aus mehreren verschiedenen überlieferten Versionen ein edierter Text geformt werden. Oder es können mehrere Versionen eines Werks parallel aufgeführt werden. Versionen aus anderen Handschriften, die vom abgedruckten Text abweichen, werden oft in einem sogenannten Lesartenapparat aufgeführt. EditorInnen treffen also in ihrer textkritischen Bearbeitung viele Entscheidungen, die das Werk besser rezipierbar machen. Aber gleichzeitig verändern sie die überlieferte Form des Textes. BenutzerInnen von Editionen müssen bei all diesen Änderungen unbedingt nachvollziehen können, unter welchen editionsphilologischen Prinzipien die vorliegende Ausgabe entstanden ist. Wissenschaftliche Editionen machen diese Unterschiede deshalb in einer ausführlichen Einleitung mit einem Verzeichnis der verwendeten Handschriften und einem begleitenden Apparat transparent. Das zeichnet sie als wissenschaftliche Arbeitsgrundlage aus. Medievistische LiteraturwissenschaftlerInnen benutzen vorzugsweise solche wissenschaftlichen Editionen. Weil sie die Texte zugänglich aufbereiten, so dass sie gut lesbar sind, aber dabei die mittelalterliche Überlieferung immer mit berücksichtigen. Eine für moderne LeserInnen noch verständlichere Form der Aufbereitung eines mittelalterlichen Textes ist eine Lese- oder Studienausgabe. Eine Leseausgabe basiert auf der Edition eines Textes. Der editionsphilologische Teil wird darin aber manchmal weggelassen oder gekürzt. Es gibt nicht immer, ein Handschriftenverzeichnis oder ein Apparat, denn der Fokus liegt auf der verständlichen Vermittlung des Inhalts. Es ist also nicht immer unbedingt nachvollziehbar, wie der Text in der Handschrift genau aussieht. Solche Leseausgaben sind vor allem dazu geeignet, dir einen ersten Eindruck vom Textinhalt zu vermitteln, etwa von der Handlung eines Romans. Oft beinhalten Leseausgaben auch eine neuhochdeutsche Übersetzung des mittelhochdeutschen Textes und einen hilfreichen Stellenkommentar. Gerade am Anfang deines Studiums unterstützen dich solche Leseausgaben also dabei, einen leichten Zugang zu mittelalterlichen Texten zu finden. Was Textausgaben angeht, hast du also viele Optionen. Du kannst nach Gewicht, nach Preis, Verfügbarkeit oder sonstigen persönlichen Vorlieben auswählen. Wenn du aber einen Text in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, also zum Beispiel in einer Hausarbeit, zitieren möchtest, empfehlen wir dir, unbedingt eine wissenschaftliche Ausgabe heranzuziehen. Mit dieser kannst du dir nämlich sicher sein, dass du den Blick auf die mittelalterliche Überlieferung des Textes nicht aus den Augen verlierst. Untertitelung des ZDF, 2020